Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe vor einigen Stunden etwas auf der offiziellen EA Apex Legends Seite entdeckt, was keiner groß an die Glocke gehangen hat. Ich habe es noch bei keinem internationalen großen YouTuber oder sonst wem gesehen. Deswegen möchte ich euch das zeigen. Ich bin auch nur zufällig darüber gestoßen, als ich nach Informationen von Vantage gesucht habe auf der offiziellen EA Seite, als der Stories from the Outlands Trailer gestern rauskam. Ich bin quasi gestern drauf gestoßen, nicht heute. Und ich bin zufällig, ich habe mich ein bisschen verklickt und bin auf etwas gestoßen, was ich mega geil finde. Es ist kostenlos, Emots, Bilder, Overlays für unseren Stream. Interessant ist das Ganze hauptsächlich tatsächlich für Streamer. Ich kann euch mal ein bisschen was zeigen. Wir haben hier zum Beispiel diesen hier direkt unter meinem Mikro, ein Emot für Mirage. Es gibt das Ganze im Guiden-Event-Style für Mirage, Bangalore und Octane. Allesamt haben fünf Emots, die wir uns in den Stream einbinden können, in verschiedenen Auflösungen. Dann haben wir hier noch Bangalore. Das sieht total witzig aus. Dann haben wir zum Beispiel hier noch einen schlafenden Octane in diesem Skin natürlich vom Guiden-Event. Ein Hype-Emot oder den GG-Emot. Die Arten der Emots sind bei allen drei Legenden gleich. Wir können theoretisch, und das ist ganz interessant, wir haben, ach so, bevor ich das vergesse, das verschwindet nach zehn Sekunden. Wenn ihr als Streamer-YouTuber Bock auf so ein Overlay habt für euer HUD, wo euer Schild angezeigt wird, eure Lebensanzeige, der ganze Spaß. Ich zeige euch gleich noch, wenn ihr OBS Studio benutzt zum Streamen oder für Videos aufnehmen, keine Ahnung, wenn ihr kein Streamer seid, was ihr beachten müsst, damit das dauerhaft da unten angezeigt wird und wie man das perfekt anpasst, was ihr vielleicht in der Firing-Range justieren könnt, so dass das perfekt passt. Kann man sich übrigens, ich habe selber vor Monaten mir selber mal eins kreiert, man findet quasi ein PNG über dieses Overlay, dann kann man sich das selber gestalten, wie man will, wenn man ein bisschen Ahnung hat, ist das in fünf Minuten Gestalt. Das ist eigentlich total geil. Was gibt es noch? Möchte ich euch zeigen, benutze ich jetzt selber nicht. Wir können theoretisch den Octane bewegen lassen, animieren, mit einem Controller von mir aus in der Hand. Ich zeige es euch einfach mal. Der Controller würde sich dann noch hin und her bewegen, geht auch mit einer Tastatur und noch irgendwas anderem. Das geht ebenfalls mit Mirage und mit Bangalore. Der Nachteil, du brauchst eine extra App, entweder auf dem Handy, wenn du auf dem Handy, keine Ahnung, zockst, streamst. Es gibt davon eine Handy-App und eine PC-Version. Der Nachteil ist, es gibt eine kostenlose und eine Bezahl-Version. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht in bewegten Bildern. Lediglich auf der EA-Homepage-Seite gibt es ein Erklärvideo, wie das installiert wird. Und da könnt ihr das kurz, oder dann zeige ich euch das kurz in bewegten Bildern. Es sieht cool aus. Wenn ihr nämlich die kostenlose Version nur probiert oder nehmt, die ihr Vollzeit die ganze Zeit nutzen könnt, dann ist da halt wie so eine Art Wasserzeichen irgendwo drüber gelegt. Und deswegen habe ich mir das jetzt gespart und habe auch keinen Bock dafür Geld auszugeben. Für mich ist das nur eine Spielerei. Aber gerade das hier, das können wir sowieso kostenlos nutzen. Wir ziehen es uns einfach aus so einem Ordner. Zwischen 70 und 140 MB ist so ein Ordner, den du dir von der EA-Seite runterladen kannst. Und dann gibt es da so eine ZIP-Datei. Und da sind sämtliche Dateien drin, die du brauchst, damit du das in bewegten Bildern anzeigen kannst. Ich zeige euch jetzt auf der EA-Seite, wo ihr das genau findet. Ich versuche daran zu denken, hier im Video auch noch einen Link reinzumachen, falls ihr nicht wisst, wie ihr die EA-Apex-Legends-Seite findet. So, wir sind auf der EA-Seite. Ich mache es für euch einfach mal ganz flott auf Deutsch. Für die Leute, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Das ist das Hauptmenü der Apex-Legends-Seite. Wir haben hier verschiedene Reiter. Wer uns interessiert, aktuelle Medien oder aktuelle News. Da wir hier noch relativ frisch die News haben, ist das hier noch angezeigt. Ich klicke hier einmal drauf und hier bin ich nämlich draufgekommen, ohne dass ich das eigentlich wollte. Und dann habe ich was von VTuber gelesen und dachte mir, Mensch, was ist das? Und ich zeige euch jetzt in bewegten Bildern. So sehen die E-Mods zum Beispiel aus. Natürlich ohne Hintergrund, alles machbar, wie so ein Avatar. Wenn ihr keine Kamera benutzen wollt, zum Beispiel, möglich. Und hier drunter ist das Erklärvideo. Das geht sechs Minuten. Ich seppe da grob durch und die erklären euch, was du für eine App brauchst, was du beachten musst und so weiter und so fort. Ich versuche euch jetzt mal ganz schnell. Du hältst mal deine Klappe. Und ich zeige, sieht man irgendwo, Moment, hier war es genau hier, sieht man zum Beispiel, so könnte das aussehen. Ein Mirage mit einem Controller, der sich dann so hin und her bewegt. Wir können das alles nach Wahl justieren, mit einem Keyboard und so weiter und so fort. Ich mache jetzt hier wieder Pause. Interessant sind eigentlich nur, ich gehe jetzt nochmal hier auf den Reiter aktuelle News. Und dann gehe ich wieder hier drauf. Und dann haben wir, Moment, ich bin falsch, sehe ich gerade. Hier, aktuelle Medien, ganz wichtig, aktuelle Medien. Dann haben wir nämlich hier mehrere Unterordner. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, Moment, das wollte ich euch auch noch zeigen. Was auch noch Geiles dabei ist. Ebenfalls interessant für Streamer, Content Creator und so weiter. Achtung, wo ist es? Das ist falsch. Ich bin top vorbereitet. Das war immer noch falsch. Hallo. Das hier. Gibt es eine Bibliothek hier auf der EA-Seite, dann kannst du dir diese ganzen animierten Sachen runterladen. Es geht ungefähr 10 Sekunden. Der Nachteil, das ist so, ich sage mal bescheiden, gecuttet, dass man merkt, wenn das Video zu Ende ist und wieder von vorne losgeht. Das ist eben ein bisschen blöd, ist aber nicht weiter dramatisch. Und jetzt machen wir weiter im Text. Hier können wir diese einzelnen Ordner runterladen. Das ist eine ZIP-Datei, da klickt ihr dann drauf und da gibt es zig Unterordner, selbsterklärend. Da findet ihr die Emotes für Twitch in verschiedenen Auflösungen. Dort sehen wir die Avatare und so weiter und so fort. Was ich euch aber noch zeigen will, außer dieser VTube-Avatar. Und ich gehe auch davon aus, dass es bald mehr werden. Wahrscheinlich ist das Skypen-Event jetzt etwas, was sich jährlich wiederholt und dann gibt es jedes Mal drei Legenden, die sich dort einreihen. Das würde ich ganz cool finden. Was wollte ich euch noch zeigen? Ich wollte euch zeigen, diese Video-Hintergründe sind hier ganz rechts. Da können wir zum Beispiel drauf gehen. Da seht ihr, das ist animiert und das könnte ich jetzt zum Beispiel auch im Stream so einstellen. Oder habt ihr ja gerade bei der Anmoderation hier im Hintergrund gesehen. Dann könntet ihr die ganze Zeit die Mirage-Party im Hintergrund laufen lassen. Finde ich nicht schlecht, ist eine coole Sache. Aber es ist allgemeine, riesen Mediathek hier auf der Seite entstanden. Wir können uns Wallpapers runterladen, wir können uns Screenshots runterladen. Wir können uns die ganzen Videos, die jemals auf Apex Legends oder von Apex Legends veröffentlicht wurden, natürlich von offizieller Apex Legends Seite, also von Respawn, können wir uns hier angucken. Und wir haben... Ja, mehr muss ich euch jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Was ich euch natürlich jetzt noch zeigen will, was ihr beachten müsst, wenn ihr dieses Overlay einstellen wollt. Ich blende euch hier nebenbei schon mal das Overlay von Bangalore ein. Oder von Mirage, wie gesagt, das verschwindet gleich wieder. Und ich zeige euch gleich, was ihr noch einstellen müsst, damit das fest bleibt. Es ist relativ simpel. Das kann ich euch aber erst zeigen, wenn ich euch die Bildschirmaufnahme von OBS zeige. Und ich zeige euch, wie das aussieht, wenn das jetzt hier quasi schon fest integriert ist. Ich habe das jetzt schon so eingestellt, dass das perfekt justiert ist. Ich rate euch, geht in die Firing Range. Rüstet euch erstmal ein Körperschild, am besten in Rot aus und von mir aus hier einen goldenen Helm, damit man einen kleinen Kontrast in dem Hut sieht. Weil das sieht manchmal ein bisschen bescheiden aus. Wir gehen jetzt am besten nochmal ins Dunkle. Der Nachteil ist, du siehst halt, wenn du ein Streamer zum Beispiel bist, siehst du nicht sofort oder siehst du im Overlay natürlich nicht, welche Legende spielst du. Aber das ist ja auch völlig egal. Und wenn ihr das jetzt hier soweit habt, weil normalerweise, wenn ihr das runterladet und euer Stream einbinden wollt, dann ist das zu klein. Moment, ich muss hier Bangalore nochmal aktivieren, kurz. Dann schiebt ihr das hier drüber. Moment, das muss ich wegmachen. Und dann seht ihr, oh shit, das ist zu klein. Und jetzt verschwindet das natürlich. Bevor ich das justiere, ich mache das jetzt... Moment, das ist Käse. Wir nehmen einfach das Overlay. Moment, hier ist es. Sorry, dass das jetzt hier ein bisschen unprofessionell ist. Ich mache das jetzt einfach mal wieder so, dass es ein bisschen kleiner ist. Das Dumme bei OBS ist, wenn du hier was anwählst, seht der meistens durch die ganzen Quellen. Dann würde ich euch raten, legt das erstmal oben rechts so ein bisschen an die Kante und zieht euch das langsam größer. Und dann justiert ihr euch das nach dem Körperschild und dem Helm und nehmt dann nur noch die Pfeiltasten und schiebt das ein bisschen hin und her, bis ihr das perfekt habt. Wie ihr seht, passt die Health Bar hier nicht perfekt rein. Ich bin jetzt hier am Rand angekommen und kann aber immer noch ein bisschen nach drüben seppen, bis die gesamte Health Bar zu sehen ist. Perfekt justiert kriegst du das definitiv nicht. Deswegen so ein bisschen von eurem Schild und eurem Körperleben, von eurem Körperschild und von eurem eigentlichen Gesundheit ist am Anfang nicht zu sehen. Es sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Jetzt springen wir noch ganz flott ins OBS und da zeige ich euch in der Bildschirmaufnahme, was ihr einstellen müsst. Moment, ich habe so viele Quellen, dass ich hier überhaupt nicht mehr durchblicke, was ich hier eigentlich alles drin habe. Jetzt machen wir das Overlay hier mal weg. Aktivieren von mir aus das von Mirage noch einmal. Wir legen das hier so ein bisschen drüber, hier wo es theoretisch wäre. Und dann müssen wir hier auf die Quelle gehen. Das ist jetzt quasi dieses Icon hier, was ich an- und ausmache. Das aktiviert sich jetzt nicht von selber. Wir drücken Rechtsklick, gehen auf Eigenschaften hier und dann gehen wir hier auf Endlos Schleife und dann wiederholt sich das Video wieder und immer wieder und verschwindet dann auch nicht mehr. Und mehr muss man hier eigentlich nicht beachten. Jetzt müssten wir uns das hier nur noch perfekt justieren. Alles ist schön, alles ist toll. Und da haben wir es eigentlich schon. Mehr musst du eigentlich nicht beachten. Wie gesagt, man kann im Internet Google Overlay PNG Apex Legends. Da findest du sogar ein Blanko. Da musst du natürlich mit einem Bildbearbeitungsprogramm ein bisschen mächtig sein. Dann kannst du dir da allmöglichen Spaß zusammenstellen. Ich habe mir zum Beispiel von Stephen Kings S. den Pennywise, den Clown hier mal zusammengebastelt und hatte das für ein, zwei Streams mal drin. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Aber da kannst du so viel Spaß mit basteln, dass es eigentlich mega Bock macht, sich da einfach mal eine Weile hinzusetzen und mal zu gucken, was man da so schönes draus basteln kann. Ich freue mich, wenn EA das noch ein bisschen erweitern wird und das wird garantiert passieren. Da bin ich relativ sicher. Wie gesagt, wer wissen will, wie das mit dem ganzen animierten Spaß funktioniert, schaut euch das Tutorial an. Es ist relativ simpel, aber ohne Wasserzeichen musst du eben ein paar Euros in der Hand nehmen. Wie genau, wie viel das genau kostet, keine Ahnung. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich bin jetzt für ein paar Avatare nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Und dieses ganze Rumgespringe, Rumgefaxe, das lenkt im Endeffekt auch nur von deinem eigentlichen Stream ab. Ist eine schöne Spielerei. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. So, genug gequatscht, das war es von mir. Ich bin auf eure Meinung diesbezüglich gespannt. Interessiert wahrscheinlich aber eh fast nur die Streamer und YouTuber unter euch. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.